Hallo Lyrics, herzlich willkommen in Minecraft Restart. Das hier ist ein komplettes Überleben, Let's Play. Hier wird nicht gescheatet und ja, eine Sache vorweg, hier wird im Mittelalterstil gebaut, hier hat jeder einen eigenen Job und hier gibt es eine Tageszeitung von Salotrix und so, also sollte man auch einen Briefkasten aufstellen. Wir können gleich farmen gehen, ich gebe dir gleich mal vielleicht ein paar Sachen. Und dann darfst du ein bisschen was farmen und dann, wenn du fertig bist mit farmen, dann suchen wir noch ein kleines Grundstück für dich aus und dann darfst du da anfangen zu bauen. Wie findest du es? Das wäre eigentlich, ja, eine coole Idee so. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ja, okay, dann gehen wir erstmal in mein Haus. Okay. Also hier fahren auch Sachen von einem anderen. Mit dem Befehl slash lock, damit kannst du dann die Kisten sichern. Also siehst du kannst dich in meine Kisten zugreifen. Ja, okay, dankeschön. Ähm, hier, was wolle ich jetzt nochmal geben? Habe ich denn noch? Komm mal mit nach oben einfach, kannst du euch mal dich hier umschauen. Okay. Äh, das ist eigentlich mein Haus hier. Also, ich habe hier fast alle Truhen gesichert. Ich glaube sogar alle. Naja, die sind ja auch. Weil es gab hier bisher auch ein paar Diebstähle. Gibt es hier auch so Lieb und Böse? Dankeschön. Vielen Dank. Äh, Lieb und Böse, ja, in der Art schon. Okay. Nice. Du kannst ja mal mitkommen. Was brauchst du für eine Holzart denn zu bauen? Oder wollen wir erstmal herausfinden, wo du bauen möchtest? Äh, erstmal herausfinden, wo du bauen möchtest. Okay, also wir haben... Ich meine, ähm, einen kleinen Wohnstück, ich weiß nicht, ob man den umsetzen kann. Ich möchte nämlich gerne so ein Haus in einem Felsen bauen oder halt in einem Hügel oder so. In einem Hügel. Hm, auf jeden Fall, also ich kann ihm kurz ein paar Orte zeigen. Hier haben wir zum Beispiel eine richtig große, flache Fläche noch. Hier wohnen sehr viele schon. Okay, ja. Aber wenn du in einem eher Berg oder so einen reinbauen möchtest, dann hab ich ein paar Orte für dich. Ähm, also dieser Berg geht erstmal nicht, weil der ist schon besetzt. Aber, äh, du könntest vielleicht hier irgendwie bauen, hier drin, in dieser kleinen Bucht. Ja, das sieht gut aus. Also hier, hier in diesen Felsen, meinst du? Ja, hier so in dieser Bucht. Da musst du aber aufpassen, weil hier nämlich noch zwei andere bauen. Okay, ja, ja. Oder du, warte, kann ich dir noch was zeigen? Oder du baust irgendwie hier rein. Ja, ich hätte noch einen Ort, da musst du ein bisschen mitkommen. Ähm, du siehst, hier ist sehr viel schon verbaut. Ja. Also mit Felsen geht's sehr schlecht, weil hier sind sehr viele an den Felsen schon. Ja, aber hier, hier, das geht schon. Das ist alles, ähm, gut. Ja, also ich würde die vielleicht empfehlen, vielleicht kannst du die hier bauen. Okay. Dann könnte dieser kleine Berg. Ja, ja. Oder da oben ist ein NVC, also. Das ist Roma Simpson, NVC oben. Okay, also dieser kleine Berg, der gehört sozusagen mir? Ja, gehört jetzt hier. Okay. Ähm, du kannst, also... Wenn du hier bitte Bäume abbaust, bitte immer nachpflanzen. Okay. Hat es hier irgendwie so einen Wald, wo man einfach so abbauen kann? Ja, ich darf ein abbauen, aber muss auch wieder nachpflanzen, weil das ist ein... Wir wollen hier noch ein bisschen Wald haben. Okay, ja. Nuss, technisch, heißt Zug. Okay. Und... Gott sei Dank stand ich nicht auf dem Kies. Weshalb, meinst du? Der wollte mich umbringen, der ist gerade runtergefallen. Achso. Achso, achso, achso. Okay. Und hier sind wir, die haben ziemlich viele Leute drauf. Ja, ähm, aber auf jeden Fall, äh... Kannst jetzt ruhig... Ich hier, also... Und wenn du fertig bist, dann kannst du mit deinem Haus auch ruhig anfangen. Okay. Ähm, also... Einfach wieder nachpflanzen, wie gesagt. Ja, einmal wieder nachpflanzen. Ähm, verhofft ich mir doch mal nicht. Ah, ich hab ja wieder einen Eisenachs. Wenn du irgendwas brauchst, komm einfach zu meinem Haus. Ich hab... Okay. ... sehr viel das zu tun. Ähm... Gut. Das siehst, wir haben... Warte, ich muss dich jetzt auch noch eintragen ins Teilnehmerbuch. Lyrex... ... unterstrich YouTube. Also du bist jetzt auch im Teilnehmerbuch. Okay, nice. Und ich nachgeplant. So. Das reicht jetzt eigentlich schon noch. Ach ja, das ist schon eine Erwerbung. Nein. Ähm, was ich sagen möchte... Cool... Cool... Cool 010. Äh, der kann nicht mitmachen, weil... ... es da ein Problem gibt. Okay. Er hat nämlich mitgeholfen beim... Server grief. Hier. Ach so. Und das findet Scotty nicht so cool. Und deswegen... Ja, kann ich auch verstehen. Ja, ja. Das habe ich auch komplett vergessen, dass der... Hier wurde mal die Frage... Ah, hier hat das Eisen. Ich will dieses Eisen haben. Du kannst hier ruhig überall fahren. Ja, ich fahren gerade in Mannberg. Okay. Ja, ähm, ich mache mal einen Cut. Also, Leute, wir sehen uns dann, wenn ich hier ein bisschen gefarmt habe. Ja. So. So. Aber du siehst auf jeden Fall, der hat schon richtig viele Häuser gibt es hier. Sieht man ja, wie viele Häuser es schon gibt. Naja. Ähm, ich habe auch... Da muss man ordentlich noch nach was holen. Das nachholen musst du da. Ja. Ich habe... Aber kommst du wahrscheinlich schnell hin. Ja, kommst du in Säune. So, ich habe jetzt einfach ein Erz. Auf jeden Fall, was ich dir sagen möchte. Ähm, bitte verbinden... Mach irgendwie so eine... Irgendwie so ein kleiner H... Also, irgendwie so ein Steg oder so, wo du wenigstens dein Boot parken kannst. Weil, ähm... Wir wollen hier... Oh, Leute, ich habe noch Fly an. Äh. So, äh... Noch Fly an. Ähm... Und zwar, äh... Ja, wollen wir halt ein bisschen, dass jeder... So lang fahren kann. Mit seinem Boot. Einen Moment. Einen Moment. Ja! 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 ja doch habe ich im moment auch nicht vor kann auf jeden fall was empfehlen also ich frau eine sache jetzt von dir muss ich wissen und zwar was möchtest du in der stadt für einen job haben was gibt es denn so für jobs es gibt alles mögliche es gibt bäcker oder andere tausend andere jobs also bäcker auf jeden fall schon haben wir schon sehr viele ich würde einen anderen raten ich bin zum beispiel detektiv detektiv ist aber auch eigentlich soll es nur einen der stadt geben es darf aber mehrere davon geben von einer von der milize also von der arztpolizei also von der polizei da hatte ich schon gefallen dann schauen wie ich bin hier gelandet da war niemand aber der hat eben keine erzten also einfach in der stadt ein bisschen aufpassen würde ich sagen weil es gibt ja auch sehr viele gefährliche leute in der stadt okay so ich habe nicht nur level ich brauche noch level ich hasse das level zu fahren ich bin ja gerade am kohlenabbau kohlenabbau bekommt man einiges ähm äh so shit geht ja auch nicht ich muss glaube ich die altmodische arts level fahren also das heißt eigentlich nur du hast gamemode hm nur du hast gamemode oder hat einfach absolut gar niemand äh sonst kann noch falcon und scotty in gamemode aber niemand darf halt den gamemode von uns richtig es seien das item weg buggen dann müssen wir die alles zurückholen weil es gibt so einen bug der bank dann die ganze zeit items weg also das möchte ich jetzt kurz vorher sagen eine sache sehr wichtig wenn du items drops aus deinem inventar dann darfst du nix in der hand haben dieses item was in der hand hast die spawnt ok also das verschwindet direkt aus deinem inventar ok also da sollst du richtig aufpassen ok das werde ich machen ok ich glaube ich habe auch den bug gerade jetzt gehabt schreibt der also der bug der dreht sehr oft vor wird halt nie gefixt weil es scotty nur nicht fixen möchte ok oder sich hinbekommt also der muss eigentlich nur ein von uns konsolenrechte geben und irgendjemand fixt es dann weil keiner hat bock die ganze zeit sachen zu verlieren ja kann ich das leben ich will hier endlich mal eisen oder die erst finden ja auf jeden fall haben wir schon sehr viele teilnehmer dieser lotrix wir sind jetzt schon zwölf glaub ich oder wir sind schon zwölf teilnehmer ok ja das sind einige aber das ist auch gut so weil wenn wir irgendwie nicht oder eine sache du darfst hier auch drauf streamen ja ok nice ja beim streamen ist halt einfach bei mir so ich hab ich kaufe zwar ähm sehr wahrscheinlich ähm in den nächsten tagen der pizza von meinem bruder ab aber ich komme nicht mehr zu meinem haus ach hier aber ähm äh da ist zwar das problem drauf dass ich dann nicht wegen dem schnallprogramm und so und hier auf diesem mac zu äh zu streamen dann legt es halt einfach zu übis hart ja aber ja man kann man kann ja mal schauen und dass die der 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 die die Untertitelung des ZDF, 2020